Herzlich Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Resident Evil 3. So, wir sind wieder Jill, liebe Freunde. Hier haben wir alles und jetzt geht es wieder nach draußen. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt, verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller, Hoffnungsschimmer für die Stadt. Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Okay. So, dann lass mal hier schauen. Was gibt es hier noch? Also, hier anscheinend nix mehr. Ah, da. Zack. Pistolenmunition, sehr schön. So, okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall alles blau. Wunderbar. Warum stehen die denn wieder? Na, Junge. Komm her. Ich muss gleich mal auf meine neue Pistole wechseln. Das ist die neue, ne? Bei 33 Schuss, die drei Schussfeuerstöße verschießt. Ihre schnelle Feuerrate ermöglicht es, in kurzer Zeit viel Schaden anzurichten. Ja, die scheint besser zu sein. Aber ich hab halt den Aufsatz... Ist ja auch egal. So, da drüsten wir auf die... Haben die unterschiedliche Munitionen? Nee. So, ich hab die jetzt gewechselt, ne? Ja. Nee. Jetzt haben wir die neue. Alles klar. Okay, so. Jetzt können wir endlich den Dietrich benutzen, Freunde. Nice. Oh, geht's da schon nach unten? Da geht's schon nach unten. Das heißt, ich geh nochmal zurück. So, hier haben wir noch den Koffer. Zack. Sehr schön. Was haben wir hier? Okay. Hier ist alles blau. Sehr schön. Weiter geht's. Ich hoffe, nur die Echsenboys sind nicht mehr hier. Aber wahrscheinlich schon. So, halt. Hier ist noch was. Okay, ich kann gar nicht auf ihn schießen. Sprengstoff. Was war das? So, Empfang. Nee, Eingang der Notaufnahme. So, okay. Dann... Nein. Nein! Okay, ich hab noch den... Sie hat ja den... Damit müssten die ja eigentlich ein leichtes Spiel sein. Wo ist der? Aha. Zack! Oh Gott, okay. Gut. So, hier. Dietrich. Benutzen. Uh, explosive Granaten, Baby. Sehr schön. Okay, dann haben wir hier alles. Das heißt, ich muss... Ich muss hoch, ne? Ja. So, hier komm ich ja nicht raus, ne? Da hab ich alles soweit. Nee, ich muss hoch. Mhm. Mhm, mhm, mhm. 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 So, hier gibt's nix. Bleibe bitte liegen. Auf dem Dach hatte ich alles. Hier ist der Kollege. Hier ist auf jeden Fall noch ein Echsenboy. Na, komm raus. Na, komm raus. Da ist er. Komm her. Komm her. Boom, Junge. Feierabend. Junge. Okay. Hier kann ich noch rein. Das ist doch ein Echsenboy. Oh, ne, doch nicht. Grüße. Komm her. Kommt der denn her? Lady, ich weiß ganz genau, dass du noch lebst. Komm, leg dich hin. So, hier hat er schon versucht. Aber ich habe den Dietrich. Ey. Alter, der Kopf. Elasto Head. Flintenmunition. Die haben wir ja auch noch. Sehr schön. Okay. Dann haben wir hier alles. Ich habe auch schon lange keinen Wackelkopf mehr gesehen. Da habe ich sowieso ganz viele wahrscheinlich schon übersehen. So, das heißt einmal... Ach, ne, da komme ich gar nicht rum. Ne, ich muss nach rechts. Ich hoffe, das war der Einzige hier oben. Da komme ich dann runter. Okay. Okay. Habe ich hier noch übersehen? Ach ja, genau. Zack. Okay. Behandlungszimmer ist noch was. Scheiße. Kann ich den gleich... Yeah. Kann ich den gleich kombinieren. Sehr schön. War's dat? Dat war's. Okay. Okay. So, dann hier einmal Schwesternstation und dann Krankenzimmer. Und dann haben wir hier oben alles. Ja. Lange Gänge, lange Gänge. Okay. Ist mir egal, dass ich hier Munition verschwende. Sicher ist sicher. Schießpulver. Jetzt wird's knapp. Verdammt. Die Munition hier kann ich nicht... Äh. Oh, den kann ich wegwerfen. Den kann ich wegwerfen, den Dietrich. Let's go. Zack. Dann haben wir hier auch alles. Sehr schön. So. So, dann können wir jetzt eigentlich... ...nen Abgang machen. In den Innenhof. So, weil da... Genau. Zack. Krach. Da drüben nicht was, oder? Aber wie komm ich da hin? Verdammt. Wie komm ich da hin? Ähm. Ne, ich muss... Warte, ich muss hier. Hier. Und dann hier lang, ne? Zack. Da ist noch ne Kiste, aber... Wie komm ich da ran? Ich bin oben durchs falsche Fenster gesprungen, ne? Scheiße. Oh, Mann. Ich muss eh erstmal Kram ablegen. Bin oben durchs falsche Fenster gesprungen. Okay. Sorry. Sorry, Leute. Sorry. Aber ich sammle nicht hier alles ein und lasse dann den Teil so rot. Das geht nicht. So. So, hier komm ich zum Dach. So, jetzt bin ich hier. Aber... Warte mal. Jetzt mal kurz gucken. Hier komm ich nicht runter. Oh, okay. Sie passt da durch. Ah. Und jetzt kommen wir da auch ran. Alles klar. Alles klar. Aber... Ich muss nochmal zurück, Freunde. Kram ablegen. Schön, wie so uns hier jedes Mal den Arsch ins Gesicht drückt. So. Wo war das nochmal hier? Da. Kiste. So. Nein. Kiste. Nein. Nein. Schießpulver. Verstaue ich. Das verstaue ich. Das verstaue ich. Das verstaue ich. Das verstaue ich. Ja. So viel wird nicht drin sein. Nehme ich doch nochmal mit. So. Ähm. Quatsch. Ja. Äh. Nein. So. Hier liegt nix mehr. Hi hopp. Kopfschmerzen Garant. Nice. Gleich noch ne neue Waffe. Okay. Ähm. Leg ich mal auf die zwei. Da brauche ich dann wahrscheinlich doch die andere Munition. Und jetzt ist hier auch blau. Und jetzt können wir in den Keller Freunde. Zack. So dafür. Oh Gott. Dann müssen wir hier lang. Dann hier. 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 Jo. Jo. Bitte liegen bleiben. Bitte liegen bleiben. Jo. Nice. Ich freue mich. Dass wir noch überall hin konnten. Ja. Oh. Oh. Mach. Dass du weg kommst. Du ekliger. Diesmal hat nur eine gereicht. Okay. Okay. Auf in den Keller liebe Freunde. Nicht gespeichert. Egal. Habe ich überhaupt. Scheiße. Ich habe gar keine Heilung. Ich muss erst. Ich habe keine Heilung. Freunde. Scheiße. Sollte ich wirklich weiter gehen? Let's go. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Ich bewaffne mich gleich mit dem Granatenwerfer. Puh. Sprengstoff. Alles blau. Okay. Oh. Sprengstoff. Sprengstoff. Oh. Hoffentlich gibt es hier ein Auto speichern. Ich habe keine Heilung. Scheiße. Okay. Die Ecke. Die Ecke. Oh. Oh Gott. Nein. Falsche Ecke. Wieso hat keiner vom Krankenhaus das alles je bemerkt? Auto speichern. Sehr schön. Hebebühne. Runter. Da ist noch eine Pflanze. Sehr gut. Ich glaube ich habe noch Platz. Natürlich nicht. Äh. Hm. Ja theoretisch kann ich ja eine von den Waffen hier lassen oder? Die alte. Komm ich lasse die alte hier. Ich kann die gar nicht wegwerfen. Aber kann ich das Magazin, äh, 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 ja doch das Magazin abnehmen? Rücksetzen? Achso. Das ist blöd, aber die Pflanze wäre halt schon sehr gut. Dann lasse ich die... Was ist das von mir aus hier? Da ist blau. Sehr schön. Ach, ich Idiot. Ich bin so blöd. Ja. 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 Okay. 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 Fahr runter. Okay. 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 Uh, Speicherraum. Speicherraum. Sehr schön. Gürteltasche. Yes. Yes, ja. Sehr gut. Was liegt hier? Fahrstuhlnotiz. An alle Mitarbeiter, wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Sicherungen sammeln. Ach, kommt ein Horrorspiel je ohne aus. So, erste Hilfespray. Herausnehmen. Hm. Ah, der Sprengstoff A. Ich misch das jetzt einfach mal. Ich weiß grad gar nicht. Nein. Ich weiß grad gar nicht, was da rauskommt. Perfekt. Nehmen wir. Hochwertiges Schießpulver nehme ich mal heraus. Normales Schießpulver. Kombiniere, kombiniere. Zack. Kombinieren. Zack. Oh, ich würde am liebsten alles vollpacken, ne. Aber wir haben keine. Gut, dann lass ich die jetzt mal hier. Nehme die heraus und dann haben wir noch einen Slot. Ja, zur Not fresse ich das Graut. Das Graut. Das Graut. So, und wisst ihr was? Ich speichere nicht. Ich bin eiskalt. Ich speichere nicht. Doch, ich speichere. Doch. Was rede ich da? Doch. So, zack. Man muss auch nicht übertreiben. Da geht's nicht weiter. Es war sehr gut, dass wir gespeichert haben. Es war zwar ein Autospeicher. Geil. Und Inventar voll. So. Zack. Nein. Verstauen. Wenn ich da runter hüppe, Freunde, dann geht die Party aber los. Das kannst du wissen. Hier kann ich nicht lang. Ja. Das ist ja auch alles unüberwindbar. Ist doch klar hier. Ein Meter, äh, Kisten ist zu hoch. Kommt die Jill nicht rüber. Zack. Los geht's. Was? Das ist doch ihmchen hier. Nikolai? Warum macht der nix? Spürchen. Du glaubst es ist vorbei? Oh, es ist sowas von vorbei. Huh. Iiiiigitt, alter. Iiiiih. komm du mal runter jungen ist feierabend zack ab nach oben sicherung meins ok hier geht es gleich weiter denke mal ich muss gleich viel schießen da kriegen wir vielleicht dann auch platz im inventar na los ok da darf ich nicht zu viel vergeuden von erstmal die schrotflinte alles noch rot erstmal hier die gänge ab warum kracht das runter warum hier ist doch alles intakt zack junge komm her da kommen wir durch ok ich mache erstmal da lang ein rotes kraut liebe freunde das kann ich direkt kombinieren sehr schön zack ich bin gespannt ob wir die kräuter auch noch im vierten teil haben weil ich glaube in village ist ja der einzige teil den ich gezockt habe und ich glaube da gab es keine kräuter oder so wie sieht es aus immer noch alles rot ok fahren wir mal hier hoch halt hier gibt es noch was munitionshalter flinte kann ich den gleich kombinieren jawoll nice mehr munition liebe freunde oder war das jetzt eine mehr ach keine ahnung warum guckt er da einfach zu steht er da immer noch an der scheibe der alte crew nein tut er nicht Pistolen munition ok immer noch alles rot so wo bin ich denn jetzt kann ich das hochfahren perfekt tja da wird es schon knapp liebe freunde kann ich dir eine sicherung vielleicht zurückbringen also nicht zurückbringen sondern schon einsetzen na los kommt schon ich muss ich muss meine munition loswerden oh und sie kamen und sie kamen yo yo oh 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 hallo wer ist denn da zu besuch oh oh was Das habe ich nicht kommen sehen. Scheiße und ich bin... Ich bin wieder hier. Ja, komm. Los, voll runter. Hier, fass den. Komm her, Junge. Erlöse dich. Was dampfst du eigentlich so? So, haben wir es dann. Nochmal alles machen. So, also. Zack. So, diesmal bringe ich die gleich weg. Ja, damit... Ähm. Ach ja. So, zack. Benutzen. Benutzen. Ich könnte auch nochmal zurückgehen und da Zeug... Ja, komm, das mache ich mal. Ach nee, ich komme ja nicht zurück. Ich komme ja nicht zurück. So, dann geht's hin. Zack. Dann runter. Dann... Boom! Okay. Nein! So, dann hier lang. Ich glaube, ich war hier, ne? Ach nee, geht ja gar nicht. Die muss ich von oben bedienen. Ach ja. Ah! So, komm her. Zack. Nein, Moment. So, gib her. Zack. Kombinieren. Zack. So, warte mal. Weißt du was? Ich rüste mal kurz die aus. Zack. Bam! Ähm. Hä? Da schieße ich nicht die Munition gerade? Da sind noch... Ähm. Da sind noch 33 Schuss drin, aber ich habe noch sie... Ach, ich bin... Ach, ich bin... Ach, nein, das ist die... Ach, Rocke. Das ist die Flintenmunition. Warte. Zack. Nee, zack. Zack. So. Nee. Hä? Doch, Flintenmunition. So, jetzt. Mein Gott. Okay, dann packe ich die aber wieder auf die... Zwei. Gut. Genau. Dann haben wir wieder zwei Slots. Und Freunde, dann würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis morgen zur nächsten Folge. Macht's gut. Äh. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.